Wieso kannst du das mit dem Lernlauf? Ich habe dir das nicht gezeigt. Hast du es mit der App gelernt? Richtig. Beide Hände. Beide Hände am Lenkrad, ich warne dich. Wieso ziehe ich alle Schwarzfahrer? Yallah, fahr auf die Autobahn. Weißt du wie Tempomat angeht? Wenn du das weißt, du bist normal, Alter. Alter, ist gut. Hast du gut gemacht, komm wir tauschen Plätze, ich bin jetzt dein Schüler, komm. Jetzt bin ich dein Schüler. Ich schneide dich mal bitte an. Okay. So, kannst du mir jetzt zeigen wie man anfährt? Erstmal hier. Spiegel. Ach ja, sorry. Hier Spiegel. Ich bin jemanden.